Na, Montagsfeeling. Auch mal wieder, egal ob es heute Montag ist, aber dieses Feeling ist da. Alles irgendwie stressig, zu viel, es liegt so viel vor dir, was du zu bewältigen hast. Hier ein kleiner Tipp von mir. Stress hat immer mit Angst zu tun. Angst, ich schaffe das nicht. Angst, es ist mir viel zu viel. Angst, ich bin nicht gut genug. Oder was auch immer. Wahrscheinlich kennst du das. Und Angst ist aber niemals real. Nimm mal wahr, nimm mal in dich auf, dass das nur passiert, weil du gerade nicht im Jetzt bist. Im Jetzt gibt es keinen Stress. Im Jetzt hast du die Lösung. Jetzt geht ganz schnell, indem du atmest. Ganz bewusst. Einfach einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Spüre, wie dein Brustkorb sich hebt und senkt. Es atmet dich. Es gibt gerade mal kurz nichts zu tun. Und dann kannst du weitermachen. Und Stress entsteht nur, wenn du alles übereinander legst. Und dir alles im Kopf quasi gleichzeitig durch die Gedanken geht, was alles zu tun ist. Merkst du? Du hast noch nichts angefangen und der Stress ist da. Wenn du anfängst, mach immer eins zur Zeit. Dann ist auch kein Stress da. Wenn du mit dir verbunden bist im Jetzt, einfach das tust, was du gerade tust. Den Stift hältst, einfach schreibst oder am Computer einen Brief schreibst oder was auch immer es gerade zu tun ist. Tue es bewusst und entspannt. In meiner Erfahrung gehen diese Tage sowas von schnell vorbei und ich fühle mich gut bis zum Ende des Tages. Und freue mich, dass mein Tag wieder so entspannt war, obwohl ich viel geschafft habe. Hab einen wunderschönen Tag. Sorg für dich. Jetzt.